So Freunde, willkommen zu diesem Video. Wir werden uns wie immer die Turnierdefensiven anschauen, was diesmal erfolgsversprechend war oder welche neuen Helden vielleicht. Wir haben ja in der Zeit auch neue drei Sterne wieder gekriegt. Ob die sich irgendwie haben durchsetzen können im Vergleich zum letzten Bonusbooster drei Sterne, wo Rot gesperrt war. Ich habe ja das Experiment gemacht. Ich habe ja die Gewinnerdefensive vom letzten Mal aufgestellt. Außer, dass es nicht Berthulf war, sondern Adelaide. Ich weiß nicht. Diese gelbe Covenant drei Sterne Tante, die heilt und Attack abgibt und sowas alles. Also ein bisschen Wukong-mäßig mit Heilung. Und ja, das lief ganz gut. Wir können mal ganz kurz reingucken. Wir waren am Ende auf A. 66,6 Prozent. Ich muss fairerweise dazu sagen, die Defensive, die ich in diesem letzten Turnier hatte, wo Rot gesperrt war, war glaube ich 78,2. Also einen Tacken besser. Ich weiß aber auch nicht, wie oft die angegriffen worden ist und so. Aber A ist A. Völlig egal. Experiment hat funktioniert. Meine Bibliothek hat sich ausgezahlt. Für mich. Mit einer A-Defensive. Also deswegen, dafür machen wir das ja. Damit man immer mal gucken kann, was wurde denn letztes Mal aufgestellt, was war erfolgreich und so weiter. Und in dem Fall hat es funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt gut gelaufen? Sind da neue Helden dabei? Wir gucken in die Bestenliste rein und schauen uns das mal an. Also nochmal vielleicht zum Vergleich. Meine Defensive. Fast kriegst du ganz schwer weg, wenn du halt nicht mit der starken Farbe gegen den spielen kannst. Das ist nun mal extrem schwierig. Vor allem, wenn dann halt auch ein doppelter Limit Break gegebenenfalls drauf ist. Äh, Berthulf, ja, macht die Steine natürlich, äh, oder die, die Outdoor-Tags extrem stark. Ja, beziehungsweise wenn du in der Offensive dann halt hast, ähm, macht er die Steine extrem gut. Aber so Outdoor-Tags extrem mies. Vor allem dann eben Bonus-Booster noch ein bisschen stärker, ne. Die beiden Slayer, ich bin kein Freund von langsamen Helden außen, aber bei drei Sterne läuft das halt einfach, ja. Und die Slayer pushen sich halt gegenseitig mit ihren Stapeln, haben also auch permanenten Buff oder zwei in dem Fall. Und Jukahain entfernt Boni, sodass, ähm, der Gegner da womöglich gar nichts machen kann und mit, ich sag mal, normalen Angriffen arbeiten muss, anstatt mit erhöhten, weil er irgendwelche Buffs hat. Und für Bonus-Booster wären jetzt zum Beispiel die Slayer für mich Kandidaten zum doppelten Limit-Break, aber da bin ich halt noch, noch weit entfernt von, ne. Übrigens, am Ende des Videos habe ich noch eine kleine Überraschung. Hat nichts mit Turnier zu tun. Gut, gucken wir uns das an. Ähm, alles klar. Fass als Tank, die beiden Slayer außen. Hm, sieht so aus wie bei mir, hier, nur hier sind die doppelten Limit-Breaks. Zarrel, okay. Gitter auf alle mit Attack-Down. Ist nicht schlecht. Und Felten dabei. Der ist natürlich auch relativ häufig da, ähm, weil er halt ein Musketier ist mit der Deckung und sowas, das ist ganz nett. Er macht viel Schaden und Status-Effekt-Boni werden zurückgeworfen mit Heilung über Zeit. Nur für sich, aber das reicht ja schon mal. Ja. Und, ähm, da gibt's im Endeffekt natürlich hier dieses, ähm, dieses Zurückwerfen ist ein Bonus und das Lebenspunkte generieren ist ein Bonus. Also für sich jetzt. Und das andere ist natürlich die, ähm, die Effekte für seine ganzen Leute, dass die zurückwerfen. Das ist dann wiederum ein Bonus, ne. Was man auch wieder hier nicht unterschätzen darf, ist Alpha-Fähigkeit ist sofort von vornherein da. Das heißt, die Outdoor-Attacks, wenn ich jetzt mit einem Norel, ähm, wenn man jetzt meinen Norel mit diesem Norel vergleichen würde, wird der unabhängig, äh, von den erhöhten Werten jetzt einfach auch mehr Schaden machen, weil er halt schon mit dem Bonus startet. Ne, mit seinem, mit seiner Wut. Das hat ja meiner nicht. Ne, und das allein macht ihn schon da einen Tanken stärker. Also, auf jeden Fall, ja, ja, was soll man sagen? Ist, ähm, ist gut. Drei langsame, äh, vier langsame sogar, ne. Also, überleg mal. Wenn du dieses Denken von fünf Sterne hast, wo du weißt, außerhalb von Rush würde das so erstmal in die Hose gehen. Hier spielt er mit, mit vier langsamen. Hängt halt alles damit zusammen, dass du halt in, in den Zwei-Sterne-Truppen keine Mana-Truppen hast, ne. Dass das alles ein bisschen länger dauert, bis du die, äh, bis du die Helden am Start hast und dementsprechend musst du mehr bewegen. Bei einem schlechten Bord sogar noch mehr Bordbewegung. Und dann ist es wahrscheinlich, dass auch langsamer auslösen können. Vom Prinzip her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Damit man auch, zumindest bei drei Sterne, den langsamen da auch mal irgendwie so ein bisschen Beachtung schenken kann, ne. Also, würde ich jetzt nicht sagen, ist, ähm, ich wär, wär super mega überrascht, dass das eine A-Defensive ist. Nö, bin ich. Ja, Wittkill hat's dann am Ende nicht geschafft. Das ist er. Ja, das ist er. Die, die statt meinem Bertulf und dann hätten wir die Gewinner-Defensive vom letzten Mal gehabt. Ähm, ja, gut. Alessia. Stark. Geht auf drei. Macht guten Schaden. Verringerung des Lebens. Angriff verstärkt. Ne, das ist natürlich eigentlich die perfekte Alpha-Fähigkeit im Bonus-Booster-Turnier. Sagen wir mal ehrlich, es macht er auch. Also, beide, beide einen Top. Dölgen. Extrem nervig. Schadensteilung. Musst du einen Boni-Entferner mitnehmen und so weiter und so fort. Sie heilt und erhöht den Angriff. Anders als Wukong zum Beispiel treffen diese Angriffe, ne. Also, auch nicht, äh, zu unterschätzen. Und Roxia, ja, die hat mich ja in einem Kampf auch, äh, zerstört, ne. Das ist schon, die nimmt halt einen komplett raus im Endeffekt. Wenn du überlegst, sie knallt auf den drauf. Er hat dann dieses Mal, sodass aller Schaden, jeder Schaden, der reinkommt, auch ihn trifft. Und wenn dann halt, äh, alle doppelt gelimit-braked sind und sowas, dann tun die Autor-Takes weh. Und dann ist der ganz, ganz schnell weg. Und meistens ist es ja immer der wichtigste Held, der getroffen wird. Also, auch hier, ja, würde ich jetzt nicht, äh, streiten wollen, ähm, dass das eine A-Defensive ist. Das ist, sieht auch für mich sehr, sehr solide aus eigentlich. Okay. Also, Dölgen mit Fass oder Oder-Fass ist schon, äh, eine gute Alternative. Da würde ich tatsächlich irgendwie, ja, ich weiß noch nicht mal, wen ich da von den beiden bevorzugen würde. Weil bei ihm ist halt die Frage, wann löst er aus? Erste oder zweite Aufladung? Wenn er in der ersten auslöst, ist er natürlich stark, ne. Dann gibt's den, äh, geteilten Schaden mit der Verteidigung hoch, dann, äh, scheppert das ordentlich, weil da ganz viele Boni reinkommen. Ja, wird man mal sehen. Mal gucken, wer sich durchsetzt am Ende. Fass oder Dölgen? Ja, ist geil. Von den Helden hab ich vier auch aufgestellt, nur in einer etwas anderen Reihenfolge. Ne, warum jetzt Mewe hier ist und nicht links, weil Deathdown, gut, hat ja funktioniert. Ne. Unabhängig auch davon wieder, die Leute sind natürlich auch, äh, top in der Offensive gewesen, das ist klar, ne. Ja, der Defensive kaufe ich das auch ab. Fass ist undankbar schwierig, den wegzukriegen. Zarola auch gut, Special Boost. Angriff verstärkt, das sind natürlich auch alles, ähm, bis auf Aids, aber das hier ist eine super Alpha-Fähigkeit, das ist eine super Alpha-Fähigkeit, das auch. Alles für Bonus-Booster, ne, weil da geht's ja wirklich um Schaden. Und wenn du dann halt Sachen hast, die den Angriff verstärken oder die die Specials verstärken oder halt dann hier diesen Wutkopf, ne, ähm, das hilft alles enorm. Weil, wenn, wenn der ordentlich kassiert und dann auslöst mit seiner Wut, dann kannst du laufen gehen. Dann fliegen dir die Äxte nur so um und on. Der ist sogar, der ist sogar Doppelfarce, aber der zählt nur als einer jetzt. Ähm, aber es ist ein bisschen interessant. Mit Poppy da und Fast da außen, aber wenn man jetzt Doppelfarce in der Mitte stellen würde, ich würde jetzt einfach mal behaupten, nur mal jetzt so Spaßes halber, ne, wenn du, ähm, drei oder von mir aus auch fünf, fünfmal Fast in die Defensive und Rot ist gesperrt, der gewinnt auch durch Timeout. Aber, weiß ich nicht. Ja, wär, wär schon recht, recht doof eigentlich, wenn man's mal so betrachtet. Gut, Poppy wundert mich ein bisschen, aber auch Angriff verstärkt, gute, gute Fähigkeit. Weil bei ihr ist das halt so, sie macht zwar, äh, da muss man prinzipiell immer damit rechnen, dass sie, gut, wenn du so offensiv mitnimmst, nur einmal trifft, ja. Ja, Defensive trifft sie ja meistens immer häufiger, das ist ja dann wiederum gut, aber, ähm, weiß ich nicht. Ich hätte da wahrscheinlich dann ja auch ne, ne Mewe gestellt oder sowas. Hat, hat er bestimmt. Aber gut. Hat funktioniert da der Sniper, hier der Sniper, Noril dann außen. Vielleicht könnte man sogar nachdenken, den Slayer in die Mitte zu packen und, äh, fällt ihn dann da hin. Aber gut, also in Ordnung. Läuft ja. Mal gucken wir uns den hier noch an und dann switchen wir mal ein bisschen weiter runter. Ja, was habe ich hier zu sagen? A ist wieder als Tank. Die Slayer sind auch am Start. Jukahein. Gleiche Argumentation, wie ich ihn wahrscheinlich genommen habe, um Boni beim Gegner zu entfernen. Zarrell. Macht Damage auf alle. Es sind wieder vier langsamer. Also, na. Man erkennt ein Schema. So Siegfried. Okay. Das ist interessant. Haus Damouren. Aber auch nicht dumm. Greveler macht ein Attack-Up und verstärkt das Leben. So ein Attack-Up im Bonus-Booster ist natürlich doppelt sinnvoll. Ja. Bonus macht mehr Schaden. Wenn es dann noch ein Attack-Bonus ist, dann macht er natürlich noch mehr Schaden. Dann die beiden Norils und die beiden Mavis. Ja, ich wüsste nicht, was, äh, so gegen so einen möchte ich nicht kämpfen. Bin wirklich ehrlich. Der sieht mir doch sehr, ähm, sehr undankbar aus. Ja. Ähm, da ist womöglich sogar Greveler eine bessere Wahl als ein Fast, weil der halt mit seinem Attack-Up hier noch so ein bisschen, bisschen, bisschen den ganzen Slayern da in die Karten spielt. Und die buffen sich natürlich dann, ähm, dann hoch. Ja gut, es sind ja, es zählt ja nur für zwei, weil es ja nur zwei verschiedene sind, ne. Aber, ähm, das ist, ist schon nicht schlecht. 75% am Ende, Chance am Ende des Tages, da habe ich, deswegen habe ich die ja auch gerne zusammengespielt, ne. Damit, damit die Chance, dass der Stapel immer hoch geht, halt, ähm, halt höher ist. Aber auch hier, würde ich sagen, ja, ist A-Defensive auf jeden Fall. I love Kinga. Äh, mit Fass, Upi, Dawn, Yuka, ja, gut, ja. Ja, Dawn ist, ähm, hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Wäre jetzt für mich auch nicht so per se der interessanter Held gewesen für eine Bonus-Booster-Defensive. Aber gut, hätte ich eher wirklich sowas wie Bertulf oder die andere Adelaide, die ich immer wahrscheinlich falsch ausspreche, ähm, mitgenommen. Oder halt auch Slayer, ne. Weiß ich nicht, ob Dawn, nö, so, so geil ist. Aber gut. Warum nicht? Vielleicht wollte er damit locken, dass man mit Grün spielt und Grün ist die, ist halt nicht stark gegen Fass. Vielleicht war das der Grund. Weiß ich nicht. Aber so an sich Anordnung ist ja in Ordnung. Hier Boni-Entfernung, dann hier Schaden, da Schaden. Das ist ja alles in Ordnung. Das ist ja ganz gut. Nur, sie irritiert mich ein bisschen da. Oh, die Bayern-Kämpfer. Aber langsam in der Mitte. Fass und die, ähm, und die Slayer. Also das können wir, glaube ich, schon mal festhalten, ne. Bonus-Booster, drei Sterne. Fass und die Slayer. Immer eine gute Wahl. Immer. Dann haben wir hier ein Clean. Okay. Ja, und Poppy, ne. Ähm. Verteidigung verstärkt, okay. Aber im Kostüm, stärkste Variante von ihm, sag ich jetzt mal. Schneller Schadensmacher, der cleant. Warum nicht? Ja, die Sache ist, braucht man einen Cleaner, wenn man einmal Fass anhatte, weil er Immunität gibt. Ist also eine Frage. Aber am Ende des Tages hat die Defensive wohl sehr gut gehalten. Und er hat auch offensiv sehr gut gespielt. Also, Respekt dafür. Hier Syndikat. Naja. Ja. Also. Nochmal. Ne. Fass und Slayer. Weißer Bescheid. Also das ist, glaube ich, so. Das ist das, was wir uns eigentlich, ähm. Merken können. Bei diesem Turnier. Und das hat ja bei mir, sieht man ja auch, auch funktioniert. Hier nochmal. Hier sind sogar nur, also hier sind drei Slayer. Hier ist kein Fass. Jakko. Ja. Das ist auch so eine Sache. Ähm. Man muss sich überlegen. Die neuen Helden. Drei Sterne, vier Sterne. Drei Sterne, fünf Sterne. Gilt für alles. Sind ja prinzipiell von den Werten immer besser. Nicht vom Special. Ähm. Womöglich auch verheerender. Aber. Allein die Werte machen das ja schon. Da kannst du ja auch zwei Leute, die den gleichen prozentualen Anteil an Schaden machen. Mal 200% Schaden auf alle. Wenn der eine 600 Angriff hat und der andere hat 800 Angriff. Dann ist klar, der mit 800 macht mehr. Schaden. Ne. Und deswegen sind im Zweifel immer die neuen Helden natürlich. auch ganz, ganz interessant. Oder zumindest eine Überlegung wert. Ähm. Die zu Limit Breaken. Und dann halt auch logischerweise zu spielen oder in die Dev zu stellen. Und bei ihm hier würde ich jetzt auch, äh, sagen, das ist nicht doof. Ne. Weil er fügt dem Ziel 235% und nahen Gegnern geringen Schaden zu. Das heißt, er macht auf drei Leute schon guten Schaden. 235% Schaden bei einem, ähm, bei 745, das ist schon viel. Im Vergleich, wenn jetzt ein, ähm, anderer älterer Held 235 macht, der dann vielleicht 680 hat oder keine Ahnung. Ne. Das heißt, diese neuen Helden kann man immer irgendwie auf dem Schirm haben. Und vor allem, wenn es dann halt, äh, aus guten Portalen ist, sag ich jetzt mal. Ja, also, ich würde jetzt zum Beispiel einen, ähm, neuen Jacko, äh, definitiv, äh, wahrscheinlich einem saisonalen Event Helden vorziehen. Zum Beispiel. Kommt aber drauf an. Ja, also, so jetzt, wenn ich mir das jetzt so überlege, so von, von der, von der Stärke her. Da würde ich jetzt einfach vermuten, dass so einer, der bei der neuen, bei der neuen Season dabei ist, dass der, ähm, stärker ist als einer, der dann so mal, mal eben da ist und dann im nächsten Jahr wiederkommt. So, ne. Muss man aber halt gucken. Muss man dann immer vergleichen. Aber vom Prinzip her, neue Helden immer gut von den Werten her. Wenn du jetzt mal guckst, hier 746. Gut, die sind jetzt zum Beispiel ungefähr gleich. Man weiß jetzt aber auch nicht, wie der hier geskillt worden ist, ne. Okay, der scheint mir sogar tatsächlich nicht auf Angriff geskillt worden zu sein. Oder der hat vorher einen richtig dusseligen Angriff. Weil, wenn du mal guckst, 745 und er hat 849, ne. 666 Defensive, da ist er dann wieder deutlich mehr. Ich weiß nicht, wie er geskillt worden ist. Oder ob er generell eher ein defensives Monster ist. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber vom Prinzip her ist es in der Regel so, die haben halt die, die, die besseren Werte, ne. Aber vielleicht ist das bei 3 Sterne auch gar nicht so krass. Ja, weil wenn ich jetzt auch mal hier gucke. Die Stärke. 744 in 755. Ist gar nicht so ein krasser Unterschied. Ja, der Unterschied bei den Fünfern ist krasser. Weiß ich nicht. Irgendwas ist immer. Weiß ich nicht. Okay, ja. Da ist sie wieder, ne. Die Dornen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm. Ja, aber. Er steht in der Top 100. Er hat recht. So muss man es. So muss man es wahrscheinlich. Ich hätte womöglich die beiden. Wenn dann die beiden Blauen getauscht. Damit Jukahainen vorne ist. Boni vor Zarril entfernt. Wenn irgendeiner mit dem Spott da ist oder sowas. Geht Zarril nur auf einen. Dann wird Boni entfernt. Vor der Bonus entfernt. Na, deswegen erst vorher hier hin. Dann wird der Bonus entfernt. Der Spott. Strauchbär zum Beispiel. Und Zarril kann auf alle feuern. Äh. So meine Überlegung. Aber. Hier. Schneller Sniper. Ja, ich weiß nicht. Ihm traue ich nicht mehr. Der hat eine Defensive so dick wie seine Beinchen. Das ist. Selbst seine Unterarme sind deutlich dicker. Also irgendwie ist das nicht proportional richtig, wie er funktioniert. Der fällt bei mir immer als erstes. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, woran das liegt. Aber jedenfalls auch hier der langsame Tank in der Mitte. Zarril. Normalerweise haben wir Fass oder Slayer. Weiß er Bescheid. Aber auch hier Zarril dann in der Mitte sehr, sehr unangenehm. Hier Enjo haben wir wieder mit Fass. Aber ist ja mal aufgefallen, viele Leute kennt man auch schon so. Die sind halt häufig da, weil sie halt einfach die Limit Breaks auf diesen Helden haben. Dementsprechend dann auch gegen stärkere Gegner spielen, die mehr Punkte geben bei einem Sieg. Und wenn die dann halt dann auch gut offensiv spielen, dann sind sie halt auch häufig da drin. Das ist ja so. Wenn ich jetzt eine 25-0 gehen würde und eine A-Defensive hätte, weiß ich sogar noch nicht mal, ob ich in der Top 100 auftauchen würde. Weil ich halt die Limit Breaks nur auf dem ersten habe und nicht am zweiten. Und dementsprechend für meine Siege weniger Punkte kriege, als die Leute hier. Aber dafür? Nee. Dann verliere ich lieber immer mal wieder, anstatt hier meine Alphas nur für Turniere zu nutzen. Früher oder später werde ich drei Sterne Limit Breaks geben. Doppelte. Ja, ich habe auch schon ein paar Kandidaten, wo ich immer mal wieder überlegt habe. Aber das werden dann eher so Helden sein, wo ich weiß, die nutze vielleicht auch noch irgendwo anders. Gegebenenfalls. Ja, jetzt... Ich weiß nicht. Die sind so selten und so teuer, die Alphas. Ob ich die für Helden, die ich primär im Turnier einsetze, verschwende, weiß ich halt nicht. Verschwenden ist halt ein hartes Wort, aber so viel bedeutet mir ein Drei-Sterne-Turnier dann halt auch nicht. Dann ärgere ich mich lieber, dass ich verliere, wohlwissend, dass ich halt als Underdog jedes Mal in die Kämpfe reingehe. Aber dann ist das so. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, Top 5 und Top 10 Prozent, die haben ja auch immer, meistens sogar schönere Belohnungen. Aber hier, Fast Yuka rein, das ist alles richtig aufgestellt. Weil Zarola da außen, das ist auch stark. Brauchen wir nicht drüber reden. Gut gemacht. Verdient. Deutsche Elite-Ritter. Hier ist ein bisschen was ganz anderes, ne? Drei Sniper, langsamer Tank. Aber gut, der ist hier in Ordnung, der langsame Tank. Mich wundert es, dass halt hier in erster Linie Sniper sind, ne? Hier nochmal Heilung mit Überheilung, aber dann die Sniper. Gut. Special Boost-Angriff verstärkt. Hat er bestimmt auch. Er hat Special Boost. Gut, wenn die natürlich feuern mit ihren doppelten Limit Breaks, mit der Alpha-Fähigkeit gegebenenfalls, oder mit irgendwelchen anderen Boni von den beiden, dann tun die halt schon extrem weh, ne? Also, ich könnte hier locker gegen den auch völlig untergehen, weil ich Thürum und Felten, die sind ja alle schnell, weil ich die dann trigger und die mir dann gefühlt einen rausnehmen und dann fehlt nur noch ein, zwei Autotext und der hält es tot. Ist eine komplett andere Herangehensweise, ne? Ja. Ist interessant, aber nicht gängig, sagen wir mal so. Aber von mir aus. Ja, warum nicht? Ja. Kann man... Kann man anscheinend auch machen. Funktioniert. Die Frage ist halt, wie steht die Defensive? Wurde sie nur einmal angegriffen? Wurde sie 20 Mal angegriffen? Und hat alles gewonnen? Oder hat sie gerade so ein 2-1 irgendwie geschafft? So mit Ach und Krach. Ne? Weiß man nicht. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, aber... Im Prinzip sah es jetzt mal ein bisschen anders aus, ne? So, Korea Refresh. Okay. Okay. Der geht ganz anders ran. Der vertraut seinen Minions. Ja. Ähm... Gut, na gut. Warum nicht? Ist jetzt für Bonusbooster, ähm... Der sieht es nicht optimal aus. Und da können wir uns auch sehr, sehr sicher sein, dass der halt auch die anderen Helden hat. Also der könnte auch ein Norel und eine Mevo und ein Faststellen und sowas alles, ne? Wahrscheinlich auch doppelt gelimit-braked. Ähm... Aber... Gut. Gut. Warum? Warum nicht, ne? Weil das, ähm... Ein Support-Kriterium in der Offensive... Das sind ja die Minions. Wenn du hast die Heiler dabei... Oder du hast Minions dabei. Potter haben wir ja kaum. Und mit dieser Defensive umgeht er schon mal, dass Leute womöglich Minions mitnehmen. Und dementsprechend auf... Auf Heilung dann switchen, weil... Das ist halt so eine Sache, ne? Gehst du mit Minions da rein, du musst ja primär immer damit rechnen, dass der Tank einmal auslöst. Und wenn er einmal auslöst, kannst du mit deinen Minions nichts mehr anfangen. Ist halt so. Das dauert, selbst wenn du ihn gekillt hast. Dann haben die hier außen womöglich zwei, drei Bienen oder sowas, sagen wir mal. Und, ähm... Das ist natürlich dann ein Problem. Denn, selbst wenn er tot ist, wirkt das ja immer nur nach, dass du keine Minions machen kannst. Die Gefahr, die ich hier sehe, ist halt, weil Lila ist erlaubt, Grün ist erlaubt, ist halt ein bisschen gefährlich, ne? Mit so einer Defensive dann reinzugehen. Ob es dann nicht doch Sinn macht, einen Tank zumindest zu stellen, der, äh... Von der Farbe ist, oder die starke Farbe ist, beziehungsweise die schwache Farbe ist, von der Farbe, die nicht erlaubt ist. In dem Fall ein Grün. Das nicht sinniger ist, aber... Lief ja. So. Grace of God. Ah, hier noch. Farz, Sarrel, Jukahain, Mewe, Felten. Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, ist, ähm... Das, was wir schon... Die Helden haben wir nicht zum ersten Mal gesehen. Sagen wir mal so. Vielleicht in einer anderen Anordnung, aber sonst... Es ist ja hier richtig gemacht. Hier könnte man gegebenenfalls, wenn überhaupt, nur sagen, Jukahain und Mewe tauschen. Falls der Spotter da ist, geht Mewe nur drauf und, äh... Aber auch hier ist es wieder dann in dem Fall wieder gut, Jukahain ein bisschen mittig zu machen, damit er womöglich häufiger getroffen wird als außen, um dann die Boni zu entfernen, wenn sie feuert. Kann man jetzt so oder so sehen, ne? Ja, ich würde hier tatsächlich dann doch eher sagen, dass das nicht falsch ist. Nicht falsch aufgestellt ist oder sowas. Einfach vielleicht nur andere Denkweise, andere Variante. Ich würde jetzt sagen, wenn Jukahain jetzt da gestanden hätte und Mewe hier hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ist falsch. Also, ich glaube in dem Fall, da ist eher so, da gibt es keinen richtig oder falsch. Es ist halt einfach, ähm... Wie man da jetzt ein bisschen pokert, in der Hinsicht. Aber gut. Der Rest ist ja alles, alles super. Ich muss ihn hier unbedingt mal machen, aber... Es kommen immer andere Helden irgendwie so dazwischen. Ich weiß auch nicht. Ja. Die Nummer 100, die es geschafft hat. Fas, Reketre, Fianna. Mal zum ersten Mal jetzt gesehen. Mittel, außen. Hm. Bisschen schwierig, ne? Aber... Da hätte ich wahrscheinlich sie, weil sie schnell ist, nach außen gepackt. Vielleicht die beiden einfach getauscht. Aber ich glaube, das größte Problem ist nicht, ob Fianna außen ist oder Alessia innen, sondern ich glaube, es ist eher, dass man Fas nicht wegkriegt. Und dass das so lange dauert, dass dann die Überheilung kommt und irgendwann löst dann Reketre außen aus und Dorn löst aus und dann ist, ähm... Auch schon wieder blöd. Dann bist du schon wieder im Hintertreffen. Also... Summa summarum. Fas haben wir fast immer gesehen. Dölgen haben wir kaum gesehen. Zumindest bei denen, wo wir geguckt haben, ne? Kann ja jetzt jeder nochmal selber ein bisschen durchgucken. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Fas wahrscheinlich die Nummer 1 ist, ähm... Als Tank. Dann, was dann noch wichtig ist, wären die Slayer, Mewe, Noril. Dann hast du schon mal 3 Top-Helden für Bonus-Booster. Wenn Rot gesperrt ist, jetzt so in dem Fall, ne? Ähm... Juckehain. Zarrel. Felden. Alessia. Und das sind auch so die üblichen, die wir auch so gesehen haben. Wir haben beim letzten 3 Sterne, das war ja davor, äh... Blutiger Kampf. War das Blutiger Kampf? Ähm... Da war auch Alessia dabei. Jetzt haben wir sie auch ein paar Mal gesehen. Also könnte man jetzt wohl meinen, okay, die scheint ja wohl ganz gut zu sein. Sollte man mal leveln, ne? Also deswegen, ähm... Ihr habt die Key-Helden. Die Key-Helden, in dem Fall waren jetzt die... War Fas, die Slayer. Und, ähm... Ja, in dem Fall dann, äh... Zarrel, Juckehain, sowas. Was wir zum Beispiel kaum gesehen haben, oder fast gar nicht eigentlich, ist ein Tree Evil zum Beispiel. Ne? Der taucht ja auch manchmal auf, selbst auf der Flanke oder sowas. Aber in dem Fall mal nicht, ähm... Weil halt dann da eher Slayer genommen worden sind, zum Beispiel. Ne? Also... Merkt es euch wieder, wenn das nächste Mal, ähm... Es wieder heißt, wir haben 3 Sterne Bonus Booster und Rotes gesperrt. Wenn ich bis dahin Helden gelevelt hab, dann probier ich diese Defensive mal aus. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Das ist, äh... Wenn ich... Wenn ich die Defensive nachstellen kann, dann mach ich das und dann werden wir einfach mal sehen, wie das dann läuft. Ähm... Man darf natürlich nicht vergessen, ich hab, ähm... Ich hab die Limit Break 1 noch drauf. Aber auch hier ist es wieder so, ne? Es haben manche auch wieder meine Defensive nachgestellt und sind auf E gelandet. Während ich die ganze Woche auf A war. Das ist halt... Du kannst es halt nicht kontrollieren. Es ist jetzt auch kein... Äh... Keine Sache, wenn wir jetzt... Wenn ich das jetzt hier mache beim nächsten Mal, ist das keine Garantie, dass meine Defensive auf A ist. Ja? Kann auch sein, dass ich einen Angriff kriege, 0-1 bis zum vierten Tag hinten liege und dann... Äh... Für den letzten Tag noch 4-1 gewinne oder sowas. Also defensiv mäßig. Ne? Ähm... Das ist keine Gewehr, aber... Das ist ein bisschen Spaß. Mal gucken, ob das dann alles so funktioniert. So, und jetzt kommen wir noch zur Überraschung. Wir machen nämlich, äh, eine ETA-Beschwörung. Weil ich... Äh, wir haben Equalizer-Krieg und ich, ähm... Will... Meinen guten Freund hier... War ich denn so weit? Unten? Ich will meinen guten Freund hier fertig kriegen. Zumindest ein Limit-Break-Game und wir brauchen zwei blaue. Das wäre... Das wäre schön. Wenn wir zwei blaue kriegen würden. So, und das, äh... Versuchen wir jetzt. Ich mache das hier mal eben weg. Und, äh... Wir... Beschwören mal. Alphas und blaue Legendäre. Bitte. Jetzt bist du dran. Ich brauche natürlich von... Von den anderen Farben auch legendär. Ne? Also, so ist es nicht. Da sind wir überall, ähm... Hinten dran. Ganz, ganz schlimm. Legendär Feuer ist okay. Brauche ich auch. Episch Feuer, okay. Ich brauche aber blau legendär, mein Freund. Blau legendär. Und Alpha... Äh, äh... Die sind auch gar nicht mal so schlecht. Diese epischen Dinger. Okay. War noch nicht geil. Hoffen wir jetzt auf Besseres. Was ist das denn mit dem Feuer? Feuer ist mir definitiv zu viel. Schatten wieder in Ordnung. Ja, Legendäreis. Legendäreis und Alphas brauche ich. Oh, die ist ganz schlecht. Wenn da nicht noch irgendwas Geiles jetzt zum Schluss kommt... Die ist echt nicht gut. Oh, wow. Die war... Die war ja richtig schlecht. Die war richtig schlecht. Drei Vierer nur und der Rest Dreier? Ah, je. Oh, je. Die war... Die war nicht gut. Die war... Die war gar nicht gut. Okay. Nochmal legendär Feuer. Ich... Was ist denn das mit dem Feuer? Ich brauche blau, nicht rot. Oh. Affe. Gib mir blau jetzt. Das Gute ist, ich kann jetzt einen blauen Limit breaken. Aber das war primär nicht der Plan. Und auch kein Alpha. Nix, ne? Also das ist... Das ist halt... Das ist richtig, richtig schlecht. Das ist wirklich richtig schlecht. Ah, ich habe alles in die... Bei den Helden verballert. Junge, Junge, Junge. Die Eta waren ja... Okay, das war... Das war richtig mies. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Was soll ich machen. Das war nicht geil. Ja. So was hätten wir mal gebraucht. Was man viel eher gebraucht hätte. Wäre nicht die hier. Sondern eher die hier. Die hätten wir gebraucht. Na ja, gut. Machst du nix. Checkst halt nicht hinter. Alles Zufall. Alles pures Glück. Und dann würde ich sagen, euch viel Glück. Falls ihr bei den Etern beschwören solltet. Ja. Beim Event machen wir nix mehr. Außer die Münzen, die wir dann für das Event durchspielen kriegen. Das muss ich auch noch machen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber da machen wir keine Beschwörung. Nichts mehr. Das war es jetzt erstmal so. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.